muss mal kurz brauchen schnee reisen ja ich glaube wenn wir das ansonsten da sind wir wieder ja obwohl sie eine schiff fahrt und so wäre schon ganz schön gewesen wild hunt them all jetzt drücke ich eigentlich immer die falsche taste plötzlich bleibst du stehen dieses pferd dieses pferd bleibst du samovillers mammoons flohen drakes poiks oh und bat okay mit dem reden sorry no good eye that's it roach it is the wild hunts wraiths riding down upon us mom i told you you're ready this is on faster hello white wolf wise wolf what is it the wolf needs ah ja ne found your fathers body had to burn it good you did return for me he would have hast du wirklich dein papa umgebracht what's your story you actually kill your father it was an evil man the pillar feared him once but then grew brave what his father did to his mother the pillar could not look upon it so he split the father's head with an axe left him in the swamp but foe knew okay ghost's not likely to come back thank you which a reward for your aid and if herbs or remedies you ever need for near nothing you will have them from me yeah sehr schön dann wollen wir mal ganz kurz speichern und ach so quatsch wir können ja gleich mal mit ihm kurz quatschen white wolf white wolf wise wolf ja ja kennen wir schon hier zeig mir mal deine wagen could use a few potion ingredients show me what you got so was hat er denn in rezepten kleiner runenstein eine runensteine rezept äther credo manuskript zeiten nordwind ich hätte ja ganz gerne die verbesserte schwalbe aber denn soll es nicht so sein und wir gehen mal ganz kurz bei alchemie rein gucken mal was wir hier so herstellen können zum beispiel die mutagena können wir hier stellen ansonsten irgendwie so gar nix gut ähm gottesche das brauchte die wo wir letztes Mal auch gesagt haben das war so unglaublich teuer und deswegen haben wir es nicht gekauft ja ich glaube es ist schon weniger wir erinnern uns aber auch dass es hier total blöd war hier kateche braucht piment piment und nostrex brauche piment 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 ein und äh stopp nostrex ein und äh äh stopp nostrex ein auch dann kaufen wir den zweiten davon auch noch stellen den her scrollen 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 ach der braucht noch was ein mistelzweig ein mistelzweig ein mistelzweig ein mistelzweig ein mistelzweig ein mistelzweig hat der gar nicht ne doch hier einer reicht mir ach brauchen wir jetzt irgendwas anderes phosphor 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 boah alter ist das teuer reicht immer nicht was wollen wir jetzt noch stammelfort staub was ist das denn da ist auch so teuer so so wie besser der drachentraum so was gibt es denn sonst noch so verbesserter goldener pirol gewährt eventuell gifte neutralisiert gifte die bereits in der blutbahn sind verlängerte wirkt dauer brauche aber so einiges und bräuchte auch den normalen den wir gar nicht herstellen können weil es ein honig vielleicht bräuchten wir nur ein geistblatt ein geistblatt ich habe schon wieder vergessen wie es aussah so wie sieht es denn hier so bei den ölen aus reliktöl verbessert das ich came out kann ich sowas kaufen nee und ist eigentlich ich glaube wir kaufen ihm aber auch mal unsere trophäen hier vielleicht hier von davon haben wir auch so viele ja das ist natürlich auch so ein bisschen Fummelarbeit hier bestienöl achso reliktöl misstezweige die gab es aber ja die können wir noch was kaufen fünf und davon können wir auch noch was kaufen was ist das ja ich habe jetzt auch meinstelzweige ich habe mir noch ein bisschen und dann brauchen wir noch mutterkorn zusammen Nein, die da. Nehmen wir alle. So, was hat man jetzt gesagt? Brauche ich hierfür noch? Drei keine I in, ey. Ach so, das war das gar nicht, was ich gerade gekauft habe. Was ist das wirklich nicht? Habe ich das nicht gerade gekauft? Ah, wer weiß, was ich gerade gekauft habe. Ah, das wollen wir hier auch noch. Oh, da kommen wir gleich den letzten auch noch. Moment. So, dann nehmen wir hier. Drakonidenöl herstellen. Und dann können wir hier oben noch das Mildersachen. Hervorragend. Haben wir gleich kein Geld mehr, aber super. So, bis dann, haben wir mal ein bisschen was hergestellt. Rüstung im Eimer. So, was machen wir denn jetzt? Quests. Nein, ich möchte immer noch nicht nach. Denkst du? Verteidiger des Glaubens. Das mit den Schreinen. Die Wahrheit, den tief in den sumpfigen Wäldern von Wehlen stand am Straßenrand einer Tat zu Ehren einer längst vergessenen Gottheit. Und dort traf Gerard auf einen alten, halbsinnigen Mann, der behauptet, die Zukunft voraussagen zu können und dies auch tun würde gegen ein geringes Entgelt. Okay. Komm, Plötze. Ganz kurz, können wir ja unsere Waffe reparieren. Was ist das eigentlich für ein Schrein? Karabella. Ganz viele Huhn reinpacken. Ausrüstungsgegenstand, Schwert, Zeichenintensität. Ist ja erstmal nicht falsch. Chance auf Bluten. Chance auf Bluten ist eigentlich auch mal gut. Aufrennen für seine Schwert. Chance auf Einfrieren. Oh. Aski-Zeichen. Quen. Angriffskraft. Angriffskraft. So. Ähm. Was war da für ein Höschen? Also unsere alten Sachen, ne? Okay. Ja gut. Dann gehen wir mal die Schreine da abklappern. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was vor uns angehen. Slow now. Das klappt irgendwie alles nicht so, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Schon wieder Wildhunde. Aber wie viele. Wahnsinn. Warte. Ah, hier waren wir ja heute auch schon mal. Ja, sorry. Bin gerade falsch abgewogen. Glaube ich. Oder halt auch nicht. Ach, das Navi ist echt ein bisschen eigen. Dumm, 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 dumm. Wir können natürlich ausgehen, dass uns, äh, davon ausgehen, dass uns da irgendwas erwartet. Ja. Äh. 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 her, Schnuppi. So, und dann haben wir den dritten noch. Na, wenn er so einfach ist. Ich dachte, da erwartet uns jetzt irgendwas, das uns wieder umbringt. Oder mich. Besser gesagt. Mich schlechten, schlechten Kämpfer. Oh, oh. Was ist denn das da? Nee, den will ich aber jetzt eigentlich nicht erledigen. Oh, oh. Geh ja weg. Ich werde ich mit dir spielen. Lötze, lauf weiter. Ja, ja. Ist gut. Wow. Ah, hey. Wow. Wir sind auch ein ganzes Ende noch entfernt, ne? Sind das Ghoule? Ich reite mal erstmal durch. Oh ja, Level 23. Level 23, das ist ja auch tückisch. Neue Markierung verlassen. Ja, Level 23, die sahen, das ist vielleicht noch ein wenig zu dolle. Was ist denn hier? Ja, ganz sicher. Ja. Ja. Ich weiß, das ist ja auch nicht. Die Locale sagen die Gottes nicht glücklich. Keine Angst für ihre Brüder? Die Brüder der Gottes? Die Gottes sind tot. Wir, aber die Rötung der Rötung, die die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen sind, die schmerzen sind. Great. Nehmen Sie ein favor, aber. Du musst hier aufschrauben. Dann zurück nach wo du kam, und die Schmerzen sind dort. Religion ist die Opiative der Massen. Die Gottes sind tot. So spricht Herr Friedrich von Oxenfurt. Die Gemeinschaft feiert die Religion und die Priester, nicht die Gäste. Und diese Angst schlägt uns in Wettbewerden von Ignoranz. Wir müssen eine neue Moralität oder wir uns wieder von Moralität ausreden. Gott, lass dir doch glauben, woran die glauben wollen. Amusend, als diese kleine Show ist, ich bin getrennt. Geh, und nicht zurück. Oh, was? Oder ich sage dich zu der Headmistress. Repression! Attacke die Systeme, Lackey! Ah. Where I might find more of your kind? Samer. Das ist ein schöner Faustkampf hier, oder was? Das würde auch noch kommen. Aber ich habe die doch nur K.O. geschlagen, oder? Hoffe ich. Na ja, dann plündere ich die noch ein bisschen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Oh, wieso kriege ich das denn hier schon wieder? Danke. Hm. Gut. Wer steht hier noch? Ah, man hat ja wieder was geschafft. Mensch, Leute. Das funktioniert echt super. Gut. Gut, 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 gut. So, womit machen wir in der nächsten Aufnahmestation? Oder wo mache ich da denn weiter? Weil ich mache jetzt hier nämlich einen Cut für mich. Und gehe gekonnt schlafen. Wir hätten natürlich noch Faustkampf. Und hier sitzen Hexteraufträge. Da haben wir auch noch die Hannah offen. Und das Ding aus dem Sumpf. Da sollten wir irgendwann nochmal wiederkommen. Hm. Hannah aus den Wäldern. Na ja. Hauen wir denn hier vielleicht, wenn wir jetzt eh schon mal hier so eine Ecke hier sind. Und...